Was geht wieder los? Abfahrt. Abfahrt. Remnen 2. Bist du so schon gespannt wie ich? Ja, das ist spannend. Wollen wir denn überleben oder veteranieren oder Albtraumen oder Apokalypse können wir noch nicht? Also bei Albtraum steht ja nicht als Einstiegspunkt empfohlen, deswegen würde ich mich daran mal halten und es nicht machen. Also ich würde einfach das Mittlere nehmen. Okay. Weil wir sind ja voll die Profis. Ja, wir sind absolute Remnen-Profis. Deswegen, ich hoffe auch, dass Schmetterlinge oder Motten oder so als Bossgegner kommen, einfach nur damit wir wieder so viel Spaß haben können. Ja. Wie beim ersten Teil. Tipp, drücke es, um Angriffen auszuweichen. Gunfire Games. Remnen 2. Du bist schon wieder vor mir. Krass. Entschuldigung. In jedem Spiel, das wir spielen. Bist du einfach vor. The Last of Us 3. Ich habe die falsche Frisur genommen. Das ist schlecht. Aber ja, es sieht echt aus wie The Last of Us. Hast du denn eine Frau erstellt? Nein. Ja, ich habe eine ganz wilde Frise. An irgendwen erinnert die mich übrigens. Die hat die, die hat dieselbe Frisur wie die, wie die eine da vom letzten Einhorn. Die ist auch so wild. Übrigens, ich stelle mir das mit diesem Brustpanzer echt unangenehm vor, irgendwo runterzuspringen. Schneidet doch immer voll in den Bauch rein, oder? Ja, ich würde überall so... Das Ding humpelt da auch. Guck mal, die hat da vor den... Hey, lass mich mal sehen. Lass mich. Es ist nichts. Hey, mir geht's gut. Vor den Ausschlag. Das ist ein Krampfwadern, das ist so. Im Alter dann... Hör zu, nicht gebrochen, kein Blut. Aber wer ist er? Hä? Das macht er doch immer. Na gut. Wieso er? Na, sie hat gesagt, er wird sich schon beruhigen, das macht er immer. Meinst du ihr einen Ausschlag, oder was? Hm. Vielleicht meint sie ja auch den... Wen auch immer sie da am Start haben. Das alte Märchen? Ja, wie diese Station. Ein alter, weißer Typ hat sie gegründet. Nahrung und... Die hat bestimmt einen Goa Old am Start. Und der wird sich beruhigen. Okay. Okay. Also offenbar ist Teil 1 schon eine ganze Weile her. Ah, ha. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was in Fultons Original Blend drin ist, aber so glücklich habe ich noch nie jemanden gesehen. Nicht im echten Leben. Dann hast du noch nie einen guten Kaffee getrunken. Ah, offenbar hatte man nur einen Stein im Schuh und ist deswegen so langsam gelaufen. Ja, das ist mir auch gerade aufgefallen, dass er erstmal so lang gefummelt hat und dann so... Das sah aber echt so aus, ne? So Steinchen raus und dann... Ja. Vielleicht hat er auch einen Krampf im Bein, weil er überall runterspringt. Hm. Ich muss rein. Na toll. Wir können jetzt nicht umkehren. Wo sollen wir auch hin? Es muss einen anderen Weg gehen. Ja. Ja. Wo ist sie denn jetzt? Wer? Hey, ich komme hier draußen nicht weiter. Äh, achso. Ich soll die Tür aufmachen. Ich stehe so drin und dachte mir so, hä, warum glättet sie denn nicht hinterher? Was war denn los? Kann sie offenbar nicht. Dann seht ihr auch Schmur am Arm. Blutwürze. Hm, erstmal Maggi reinziehen. Das habe ich noch nicht. Ihhh. Ich kann dir nicht verschwenden. Hey, komm schon. Mir gefällt das hier nicht. Gebt ihr mal ein bisschen Mühe da, los? Ihr habt doch was am Arm. Das vergisst du immer wieder. Ja, Entschuldigung. Ob das juckt. Oder weh tut. Könnte sein, so eine Mischung aus beidem, oder? Hm. Meinst du, es brennt eher? Brennt. Ja, es sieht halt schon sehr schmerzhaft aus. Hm. Als würde halt unter der Haut irgendwas... Ja, aber das sind ja alles Holzviecher immer überall gewesen. Meinst du, sie hat dann da quasi so Holzsplitter schon im Arm? Oder ist das einfach nur... Ein Spreizel? Ja, ich habe keine Ahnung. Ein Spreizel? Oh, das ist doch... Vor allem... Hat die das nur am Arm? Bleib mal stehen. Was soll das denn heißen? Ach, nichts. Ja, sieht so aus, ne? Meine Ma hat das früher gesagt. Ja gut, den Rest sieht man ja nicht unter der Jacke und so. Hm, stimmt. Und sie kann wohlklettern, sie wollte nur nicht. Ja gut. Vielleicht wollte sie einem damit zeigen, dass man quasi Shortcuts beispielen kann. Ja, wahrscheinlich, ja. Aber ich finde es witzig, dass... Ich denke mal, das ist ja das Tutorial. Da stand ja, man muss es ja spielen, um beitreten zu können. Ja. Ich finde es witzig, dass sie da so interaktiv ist. Hm. Ein bisschen... Vielleicht zeigt das schon ihr Multiplayer-Part so ein bisschen, aber... Hm. Meinst du, sie bleibt dann bei uns, oder...? Das glaube ich eher nicht. Also ich weiß ja nicht, wie schnell sich das in ihrem Arm ausbreitet, aber wenn wir Pech haben, macht die es nicht mehr lang. Hm. Sie ist dann der Boss. Ja, das habe ich mir auch schon überlegt, aber... Das glaube ich nicht. Das muss ja jetzt schon einen Bösen geben. Ja, aber... Ja gut, wir werden es ja wahrscheinlich erfahren. Aber ich kann... Ja, ich weiß halt nicht. Es wird wahrscheinlich vielleicht so ein tragischer Tod sein, der einem dann irgendwie... Weiß ich nicht. Ich frage mich halt nur, wir haben ja quasi damals das Vieh gekillt. Nee. Was ist denn seitdem passiert, dass hier immer noch so scheiße... Ne? Vielleicht gibt es halt den Kram immer noch und es ist alles nur führerlos, aber... Oder jemand anderes hat übernommen. Hm. Ich meine, es gab ja mehrere als einen Träumer. Stimmt, ja. Oh, Mädel, geh doch da raus. Nicht wieder in der Wolke stehen. Kein Wunder, dass du boostest wie so ein... Witzigerweise macht es einfach... Der Nahkampfangriff fast genauso viel Schaden wie die Pistolen. Was? Oh. Das sieht ja sehr vertrauenserweckend aus hier. Okay, ich werde fast drauflegen. Okay. Oder ich bin draufgegangen. Das weiß ich jetzt noch nicht. Ich habe gerade einen Stachel durch die Brust bekommen. Mhm. Aber da ist kein Loch. Das heißt, ich habe eine Zauberrüstung. So weit bin ich noch nicht. Wie? Na, ich hatte noch nichts mit Brust und Stachel und... Aber ja. Ist ja gut. Jetzt regt euch mal ab hier. Hey, Hörzer. Du hattest recht. Sterb hier gleich. Wir sind Freunde. Wir sind Freunde. Weißt du, was meine These ist gerade? Warte kurz. Okay, ich bin tot. Oder auch nicht. Aber alter. Shishkebab. Ja. Ich glaube, dass das Spiel die Szene triggert, wenn du vom Leben her weiter runterkommst. Ah, okay. Weil ich hatte das ja jetzt voll früh und das lief ja bei mir eigentlich, ich baute dich deswegen vielleicht. Und du hast ja jetzt ewig durchgehalten. So krankst du zumindest. Ja, ja, klar. Genau so war es. Ich kann das nicht länger halten, wo. Bist du der Avatar? Aber ich hänge halt trotzdem voll hinter dir. Muss ich mir jetzt einen neuen Charakter machen? Danke. Also ich bin bei Boss Nummer zwei. Nein, Gott. Oh, okay. Eins. Zwei. Drei. Ich anfassen. Bist du jetzt bei der Zauberfrau? Hm, jetzt. Die ist ja cool. Und er drückt mir erstmal einen Stein ins Gesicht. Ich finde, die sieht aus wie die aus dem DLC mit dem komischen Riesen. Aber ich weiß nicht mehr, was da genau war. Aber ich glaube, sie war mit dem Riesen befreundet. Der Riese war doch eh so ein Wächter. Wie, die ihn dann da rausgeholt hat. Yes. Aber leider haben wir das DLC ja nicht nochmal offiziell gespielt, sondern das ist ja jetzt alles noch auf der Erfahrung vom ersten Mal basierend. Das ist schon eine Weile her. Aber die hatte doch so Kräfte, ne? Das kann gut sein. Ich glaube, die konnte ja auch so Tore öffnen und so, oder? Die ist doch immer da durch diese Dinger gehockt. Ja, U-Bahn-Schächte. Oder so. Es ist schwierig, dass du so vor mir bist, so ein Stück weit. Ja, da müssen wir mal... Und mir alle Spoilers. Ups. Ja. Also, wenn dir die Leute in den Rücken schießen, dann weißt du, du bist an meiner Stelle. Zum Glück ist das vorbei. Ich habe schon wieder, Netzwerkverbindung ist offline. Okay, das ist sehr seltsam. Wäre jetzt interessant, ob das dieselbe Stelle ist wie vorhin. Bei der Charaktererstellung hatte ich das auch schon mal. Ah, wenn du Schiff drückst, schaltest du wieder zwischen links und rechts. Also beim Zielen. Okay. Ja, endlich wieder ballern. Das war übel. Hörst du gerne Balladen? Okay. Ja. Also, ich bin doch nicht immer vor's Gesicht. Ich habe jetzt noch nicht so viel vom Spiel gesehen, ja. Ja. Außer das jetzt, was wir jetzt sehen und den Trailer. Aber ich glaube jetzt schon, oder ich befürchte jetzt schon, dass das Spiel bockschwer senft. Okay. Okay. Die Holzmonster wissen, dass sie verloren haben. Solange keine Schmetterlinge kommen, ist mir das alles egal. Nur wenn sie zu zweit sind. Yay. Wow. Ich hab ein ganz mieses Timing, Mann. Ich hab ein ganz mieses Gefühl hier. Ah. Was ist denn? Du. Ah. Mario, hau dich. Bei dem miesen Gefühl bin ich auch, ja. Au. Alter, geh doch weg. Ja. Was? Oh, 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 geh doch weg. Warum? Was willst du denn von mir? Geh doch weg jetzt. Wie asozial. Hey, hey, warte. Lass mich dir etwas Wasser holen. Ich bin tot. Echt jetzt? Hm. Diesmal wirklich? Ja, ja. Da hatte ich ein bisschen Glück. Bei mir haben die Leute getankt. Aber das meinte ich mit diesem Timing. Ich bin da nie richtig weggekommen. Also nur ein, zweimal. Dann warte ich wohl kurz auf dich. Gibt's doch nicht. Ganglieren der Saat. Okay. Ja, du hast es geschafft. Ja. Was für ein Scheiß, ey. Der Fluch des Tutorials. Ist echt so. Guck mal, die hat es doch auch am Hals und im Gesicht. Mittlerweile schon, ja. Auf einmal geht's rasant. Hm. Ganz rasant voran. Ja, keine Bohrenung. Da unten, ne? Du meinst mit den ganzen Sporen und so. Hm. Vielleicht ja auch, wenn, vielleicht, wenn das ja durchs Blut geht, durch die Anstrengung und so, ist vielleicht der Blutdruck höher und so und dann verteilt sich das alles noch schneller. Hm. Oh, verdammt. Das ist Riggler. Nenn mich Riggs. Ist es der, der uns am Anfang, äh, im ersten Teil immer die Sachen verkauft hat? Die, die Mats und so? Keine Sorge, Fremd. Achso, da bist du jetzt noch nicht, ne? Wir kümmern uns gut um sie. Achso. Hey, was? Na, der, der mit der, mit dem wenig Haar. Der Riggs. Hey, keine Sorge. Nee, da bin ich noch nicht. Riggs hat recht. Ah. Geht es dir gut? Nur Kopfschmerzen. Hey, hey, Clementine. Du siehst nicht gut aus. Ich hol dir Wasser. Mir geht's gut. Nein, dir geht es nicht gut. Du brauchst Ruhe. Oh. Er ist der Bürgermeister der Station. Deshalb denkt er, dass er bei allem und jedem das Sagen hat. Hör mal. Ich werde mich bei Ford melden und mich dann ausruhen. In Ordnung? Ich hab schon viel Schlimmeres durchgemacht. Aber wir sind ja nicht der aus dem ersten Teil. Das wäre ein bisschen komisch, weil, wie gesagt, es ist ja offenbar sehr viel Zeit vergangen. Achso, ja. Hm. Ah, ihn meinst du? Ja, ja, das ist Riggs. Hm? Der Schmied, der... Hm. 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 Offenbar sind wir jetzt auch draußen, ne? Ist schon cool. Wasser ist das Mittel für alles. Ja, bei Kaufschmerzen. Hm. Hm. Hast du etwas auf dem Herzen, Fremdling? Mich wirst du nie auf meinem Boot sehen. Schon irgendwie. Ich hab die alte Station bewacht. Aber ist der O-Typ nicht der kleine Junge aus dem ersten Teil? Der O-Typ starb haben sie und der Gründer mich. Ja, hieß doch. Hm, 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 hieß doch. Hat der denn nicht irgendwie so einen ganz komischen deutschen Namen oder so? Vielleicht wollte sonst niemand den Job, keine Ahnung. Ja, aber Beau Ward, den kennt man doch aus dem ersten Teil. Hm. Ich will alles tun, um alle zu beschützen. Es ist so schön. Man kann alles sehen. Oh, ähm, danke? Ich weiß auch nicht. Ich achte einfach auf mich. Gutes Essen, viel Schlaf und so. Kommander Ford sagte immer, dass eine Anführerin sich um niemanden kümmern kann, wenn sie sich nicht erst um sich selbst kümmert. Ich versuche einfach gesund zu leben. Sie hat es vermutlich vom Gründer gelernt. Er ist seit Ewigkeiten dabei. Aber er selber ist nicht fürs Anführen zu haben. Sie ist seine Enkelin. Der Gründer war früher nicht oft hier, aber Kommander Allen war wie eine Mutter für mich. Für uns alle in der alten Station. Es ist irgendwie unfair, dass sie vor ihm gestorben ist. Aber wenn unsere letzte Hoffnung stirbt, dann muss eine neue ihren Platz einnehmen. Hat sie immer gesagt. War eine schwierige Zeit. Schwer zu sagen. Die Kommandantin sprach immer von ihm, als wäre er gestorben, bevor ich geboren wurde. Das musst du ihn schon selber fragen. Ich stehe hier an einer ganz ungünstigen Stelle. Ich versuche eigentlich mit Bo zu reden, aber hier labern zwei die ganze Zeit rein. Die beiden, die da im Feuer sitzen, ne? Hm. Wir hätten ja mindestens den Rucksack abnehmen können, bevor sie sie da hingelegt haben. Achso, ich rede immer noch mit Bo. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Oh, dank Wall-E. Er hat uns vorgewarnt, dass jemand kommt. Daraufhin hat Clementine euch gefunden. Er hat irgendwie einen sechsten Sinn für die Saat. Und dann dachten wir, da wo sich die Saat versammelt, ist sicher jemand in Schwierigkeiten. Wall-E. Ich meine Wall-E. Er kann... Siehst du, er redet gerade von einem Wall-E, also einem Wall-E und ich glaube, das war der kleine Junge. Okay. Hä, aber wo ist denn... Wo ist was? Wow. Na, der läuft doch hier rum. Also, ich habe ihn direkt am Anfang nochmal abgefangen. Ah, okay. Dann gehe ich mal sofort. Gut, dass Sie gewartet haben mit Ihrem Gespräch, bis ich komme. Bitte. Ich bin 132 Jahre alt, falls du das vergessen hast. Und ich bin nicht... Ah. Mist. Ich hätte nicht reinplatzen sollen. Ah, es gibt ja sogar Wall-E ist so witzig. Ja, ja. Oh, wen haben wir denn da? Ah, der... Fremdling. LOL. Das ist der... Reginald. Reggie. Er ist zum richtigen Zeitpunkt. Es tut mir leid, dass du das sehen musst. Der ist ja alt geworden. Aber du kennst das sicher. Familien streiten sich. Andrew Ford. Gut, deine Bekanntschaft zu machen. Höchst persönlich. Ich bin mir sicher, dass du viele Fragen hast. Und ich muss dich um einen Gefallen bitten. Also los, du zuerst. Das ist eine zu lange Geschichte, als dass ich sie jetzt erzählen möchte. Bleiben wir bei der Sache. Weißt du, wie einige Dinge, die man trinkt, betrunken machen? Und einige Dinge, die man isst, krank und schläfrig? Nun, wiederum andere Dinge tun dies. Es ist eine große Welt da draußen. Das ist nicht meine Art. Und du solltest vorsichtig sein, was du dir wünschst, Fremdling. Nicht unbedingt dich persönlich. Aber ich wusste, dass jemand kommen würde. Wie clever von dir. Skeptisch. Gut. Zufällig wusste ich, dass du heute kommen würdest. Oder ich hoffte es. Der junge Wallace hat es mir erzählt. Wallace? Er ist ein besonderer Junge. Ähnlich wie jemand, den ich früher kannte. Sie hatte auch schlimme Träume. Träume über Dinge, die noch nicht geschehen waren. Bei ihm ist es eher so, dass er sehr weit in die Gegenwart sehen kann. Manchmal. Ach, nichts Gefährliches. Ich muss meine Ressourcen sammeln. Und dann werden wir uns ernsthaft damit befassen. Mal sehen, ob ich dich auf den neuesten Stand bringen kann. Es ist irgendwie komisch, seine Geschichte zu erzählen, obwohl man seine Geschichte gar nicht kennt. Und wem erzählst du sie denn? Regenet. Ah, okay. Eine Diskussion ist nicht dasselbe wie ein Streit. Clem und ich kennen einander bereits... Hast du also noch gar nicht mit Fort geredet? Nö. Das ist doch alles bereits Schnee von gestern. Ich bin ja auf dem Weg dahin. Regenet über den Weg gelaufen und wollte erst mal mit ihm reden. Und ich befürchte noch schlimmere Dinge. Dinge, die man nicht so leicht erkennt. Es ist nicht so, als gäbe es ein Handbuch. Im Vergleich zu wem? Bo mag jung sein, aber er weiß, wie man eine Station leitet. Er hat von den Besten gelernt. Er war nur ein Waisenkind. Station 13 hat ihn adoptiert. Als er alt genug war, wurde er der Sicherheitschef. Er leistete verdammt gute Arbeit. Es ergab Sinn, ihm die Leitung zu übertragen, als wir hier anfingen. Ich glaube, es gibt niemanden in der Stadt, der so viel verloren hat wie Riggs. Ich weiß nicht, wie dieser Mann es jeden Tag aus dem Bett schafft. Aber er tut es. Und wir sind verdammt dankbar dafür. Okay, dann frag mal. Okay, Fremdling. Ich brauche eine fähige Person, die einem alten Mann wie mir aushilft. Rüste dich danach aus und triff mich vor dem Tor der Station. Ich meine, wenigstens reden überhaupt mal die Leute mit einem. Ja, voll cool. Und halt nicht nur zwei Sätze. Darüber reden wir später. Dann erkunden wir erstmal und dann treffen wir uns. Nee, ich würde schon sagen, dass wir uns demnächst mal zusammenschließen, oder? Weil es ist schon anstrengend, wenn einer halt was sieht und dann davon erzählt und der andere weiß halt gar nicht, um was es geht. Und dann, ne? Hm. Oh. Hm. 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 Untertitelung des ZDF, 2020